Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part-Schenk. So, ich hoffe mal, was zum Teufel, es funktioniert halt trotzdem als Nerd, ne? Lies der sich vielleicht jetzt mal ins Feuer boxen hier? Hä? Okay, ich hab's wohl immer noch nicht ganz gecheckt. Oh, ich hab's wohl immer noch nicht ganz gecheckt. Hä? Ja, toll. Es hat doch vorhin funktioniert, dass ich hier... Hä? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch... Jetzt ist doch mal gut. Gut. Yes! Ach, komm schon. Wie er mich als ins Feuer schubsen kann, aber ich ihn natürlich nicht, ne? Mann, oh, Meta! Ach, natürlich. Meine Güte. Wie schnell so ein Fight einfach mal rum sein kann. Okay. Wieso schon, wenn ich schnell so ein Fight einfach mal rum sein kann, weil man weiß, wie es geht. Du hast niemals gelacht, Schank zu empfehlen. Als die Bälle kam, dachte ich, du hättest es gehabt, aber du hast auch geschafft, das zu entfernen. Das ist das auch. Du bist der größte Entschuldigung. Und du bist meine. Du bist der größte Entschuldigung. Du bist der größte Entschuldigung. Oh, oh, oh. Direkt mal ausrüsten. Wahnsinn. Ich bin schon mal gespannt. Ist er das? Was? Hier der Angelo... Angelo... Ähm... Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich muss doch hier weiterkommen können, oder... Oder etwa nicht? Hä? Man kann es natürlich auch so machen, na? Okay, ich sollte schon auch in die richtige Richtung hauen, ne? Ah, das hätte ich mit weniger Schaden mal auch überleben können, aber sei es drum. Ich bin schon mal. na nehm mal erstmal mit hier Ja, um. Was war eigentlich da hinten? Okay, da kann ich nicht mehr hin. Ich dachte, ich könnte vielleicht dann nochmal gucken, was da so war. Oh, hallo. Und die nächste Wand hoch. Ähm. Nehme ich doch immer wieder gerne mit. Nehme ich doch nicht. Nehme ich doch nicht. Manchmal ist es schön zu sehen, wie einfach das sein kann, ne? Da oben hängt auch noch einer rum. Wo auch immer der ist. Ah, hier. So, die Kanaten hier brauche ich gerade erst einsammeln. Oh, vielleicht doch. Der ist weg. Was macht der fette mit dem Granatwerfer? Der ist auch schon im Arsch. Und da sind nochmal neue Granaten. Keine Ahnung. Ich werfe einfach mal auf Verdacht. Scheiße. Damit habe ich mich jetzt auch klein gekriegt. Shit. Das war natürlich so nicht... Ah. So, jetzt müsste der Granatwerfermann noch kommen. Sehr schön. Ja, das Ding mitzunehmen, nutzt eigentlich nicht viel, weil ich es leider nicht mitnehmen kann. Das Ding mitzunehmen. So, nach dieser Folge muss ich auch mal Schluss machen, weil ich, seitdem ich das Spiel angefangen habe, nehme ich ununterbrochen bisher auf. Ah, komm. Nein. Okay. 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 Ich hoffe, dass es hier auch mit Speicherpunkten so funktioniert, dass ich hier die Fortsetzen kann, wenn ich es... Ah, die Endung nette. Oops. Ah. Okay. 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 Sehr schön. Das nehmen wir mit. Und wo war das denn jetzt hier? So, direkt mit der Schrotplatte rein. Das darf nicht wahr sein. Puh, ich darf nicht einmal mich von dem hinten lassen. Ok. Das ist ja einfach hier, ne. Und der auch Holla, die Fee Ja, eben dachte ich mir, warum springt der dann erst durch die Gegend? Ich muss natürlich auch die richtige Taste benutzen Oh, nicht nach oben, nach unten Oh Der war nicht gut Ach nein Ah, okay Ich dachte eben, ich müsste nochmal Einen anderen Kampf machen Aber glücklicherweise nicht Nur hochklettern muss ich dann nochmal Nein Das war schlecht Muss doch irgendwie gehen, dass ich das da so mache Hm Könnte ich den Könnte ihn natürlich auch ignorieren Ich möchte ihn aber gerne Mech gehauen haben Okay Ich sollte halt natürlich auch nicht von selbst ins Feuer hüpfen Okay Ich lasse ihn jetzt einfach mal Links liegen Und gehe einfach weiter So, mal gucken, was da Und dann Lebt noch einer? Nö. Hey, hell damit. Hola, die Fee. Wir kommen langsam in ein anderes Gebiet. Hey, die Fee. Oh. Alright. Hurry. wie weit geht es da noch jetzt wieder in die andere richtung sollte langsam mal ein paar jetzt auch abschließen ich habe es nicht überlebt wahnsinn aber zwar ist nicht so ganz die sache okay da soll ich scheinbar nicht lang oder noch nicht lang also hier lang holla die fehl ach du scheiße wie der gegner ich weiß nicht wo ich bin ja okay dann würde ich jetzt mal sagen machen wir hier mal schluss und dann kämpfen wir im nächsten part weiter vielen dank fürs zuschauen